Heute möchte ich mit dir über eine extrem mächtige Manifestationsroutine sprechen und das ist eine ziemlich simple Routine. Die simplen Sachen sind immer die effizientesten und wenn du diese Routine 21 bis 30 Tage wirklich konsequent durchführst, dann wirst du unglaubliche Resultate erzielen und du wirst nicht mehr damit aufhören. Und es ist wirklich wichtig, dass du konsequent dabei bist, also dass du dir wirklich vornimmst, es 21 Tage mindestens durchzuziehen. Deswegen nimm dir nach dem Video Stift und Papier und schreib dir auf, welche Sachen, das sind die Sachen, die ich dir in diesem Video verraten werde, du jeden Tag für die nächsten 21 bis 30 Tage durchziehen wirst und machst dir am Ende des Tages immer ein Häkchen, dass du es gemacht hast. Es ist wirklich sehr wichtig, dass du dir diese Liste machst, denn nach vielleicht 3, 4, 5 Tagen wirst du irgendeinen Punkt erreichen, wo dein altes Selbst sich so dagegen wehrt, so gegen diese neue Routine wehrt, dass du aufhörst, sie weiter durchzuführen, weil du denkst, oh ja, okay, es funktioniert ja nicht, ich mache es ja schon 5 Tage. Aber es dauert nun mal eine Weile, bis die Sachen ihre Wirkung erzielen. Deswegen musst du erstmal einfach im Vertrauen das Ganze für 21 bis 30 Tage durchziehen und dann kannst du dir ein Bild davon machen, ob es funktioniert oder ob du etwas tweaken musst. Und die erste Sache, die du machst, ist folgendes und darüber redet keiner beim Manifestieren, und zwar dich zweimal am Tag bewusst zu entspannen. Und Entspannung ist etwas, was so unglaublich mächtig ist, wenn man erstmal versteht, wie das Leben ist, wenn man entspannt durch das Leben geht. Das gesamte System ist darauf aufgebaut, die Leute die ganze Zeit auf Spannung gestresst zu halten, Und was passiert, wenn du gestresst bist? Du ziehst dich zusammen, du bist nicht mehr so flexibel. Wenn du dich allerdings entspannst, dann bist du viel lockerer, du bist mehr wie Wasser, du bist formbarer. Und dadurch, dass du so entspannt bist, kannst du dich viel leichter umprogrammieren. Viele Leute haben Probleme damit, ihr Unterbewusstsein umzuprogrammieren, weil sie so versteift sind. Deswegen müssen wir das Ganze lösen. Wir müssen unsere körperliche Anspannung lösen und dann werden wir geistig auch deutlich entkrampfter durch das Leben gehen und werden es viel leichter haben, unsere Glaubenssätze neu zu programmieren. Alle unsere Glaubenssätze, all die limitierenden Glaubenssätze sind in einem entspannten Zustand entstanden. Als wir Kinder waren, hatten wir nicht diese Spannung, diesen Stress. Wir waren noch nicht so versteift. Wir waren ganz locker. Wir waren formbar wie Wasser, weil wir entspannt waren. Und dadurch sind ohne großen Aufwand diese Glaubenssätze entstanden. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dich täglich entspannst, um dich neu zu programmieren. Deswegen ist das Erste, was du morgens machst, du bleibst erstmal liegen, du legst dich einfach auf deinen Rücken und dann scannst du von unten bis oben deinen gesamten Körper. Du benutzt erstmal dein Bewusstsein, um erstmal die Füße, dann die Beine, dann den Rumpf, dann den ganzen Oberkörper, die Schultern, den Nacken und dann den Kopf und die einzelnen Gesichtsmuskeln zu entspannen. Du lässt deinen Kiefer entspannen, du lässt die ganzen Muskeln im Gesicht entspannen, deinen ganzen Körper scannst du einmal durch. Und dann machst du dasselbe, bloß, dass du dir zum Beispiel erst das rechte Bein vorstellst und dir dann vorstellst, dass das Bein schwer wie Blei ist und einfach in die Matratze einsinkt. Dann machst du das mit dem nächsten Bein und gehst wieder von unten nach oben das Ganze durch, bis du mehr oder weniger in so einem fast schon Schwebezustand bist. Falls du mit dieser Methode mit dem Blei nicht so viel anfangen kannst, kannst du dir auch die einzelnen Körperpartien vorstellen, dass sie Luftballons sind und dass langsam die Luft aus den Muskeln rausgeht. Und so entspannst du deinen gesamten Körper und das machst du ungefähr 10 Minuten am Morgen. Und nachdem du diese Entspannung durchgeführt hast, nimmst du dir deine Affirmationen zur Hand und affirmierst erstmal. Alle deine Affirmationen gehst du einmal durch. Du sagst sie laut auf und stellst dir dabei vor, dass es bereits wahr ist. Du gehst wirklich in dieses Gefühl rein. Und da du noch relativ am Morgen bist und dich auch noch bewusst entspannt hast, bist du so plastisch und du wirst es viel, viel leichter haben, dir diese Affirmationen vorzustellen, wirklich ins Gefühl zu gehen und es wird einen extrem guten Effekt auf dich haben. Das ist erstmal deine Morgenroutine. Du entspannst dich und machst deine Affirmationen. Und dann im Verlauf des Tages gehst du ganz normal deines Weges. Du machst das, was du einfach am Tag tun musst. Und hin und wieder erinnerst du dich einfach, dass du dich entspannen musst. Ja, du entspannst dich einfach bewusst. Du gehst nochmal in dieses Gefühl rein, was du am Morgen erschaffen hast und entspannst einfach bewusst beim Arbeiten, beim Reden, beim Essen, wie auch immer, immer wieder deine Muskeln. Denn unser Ziel ist es, dass das Entspannen zur Gewohnheit wird und wir mehr oder weniger die ganze Zeit in einem entspannten Zustand sind. Deswegen muss man es auch eine Weile durchführen, bis es zu einer neuen Gewohnheit, bis es zum neuen Normal wird. Und du wirst dich wirklich wundern, wie effizient es ist, entspannt durch das Leben zu gehen. Außerdem, wenn du dich schon daran erinnerst, dich zu entspannen, erinnere dich immer wieder daran, wer du werden möchtest. Ja, geh nochmal zurück in den Zustand, den du hervorgerufen hast, als du die Affirmationen aufgesagt hast. Ja, das muss wirklich nichts Langes sein. Du entspannst dich kurz und stellst dir einfach nochmal kurz vor, dass du diese Person bist. Du richtest deine Aufmerksamkeit nochmal darauf aus. Aber du änderst nichts an deinen Handlungen oder an deinem Tag allgemein. Du versuchst nicht, irgendwie neue Handlungen oder irgendetwas zu erzwingen. Mit der Zeit werden sich dann von alleine neue Türen öffnen und du wirst ganz automatisch dich dann in die richtige Richtung bewegen, wenn du das Ganze konsequent durchführst. Das sind im Endeffekt die einzigen zwei Sachen, die du im Verlauf des Tages tun musst. Ja, du bleibst einfach so entspannt wie möglich, erinnerst dich immer wieder, dass du dich entspannen musst und gehst auch hin und wieder mal in das Gefühl der Person, die du werden musst, rein. Und stresst dich dabei auch nicht. Es ist wirklich nicht so wichtig, wie oft du es machst. Mach es so oft, wie es nur für dich möglich ist und wie es für dich sich einfach natürlich anfühlt. Ja, versuch nicht, etwas zu entzwingen, denn das wäre auch wieder gegen das Prinzip der Entspannung. Und am Abend machst du eine ähnliche Routine wie am Morgen, bloß, dass wir noch eine Sache hinzufügen, und zwar Visualisierung. Du fängst also damit an, dich erstmal wieder ins Bett zu legen, entspannst dich vollkommen, führst denselben Prozess durch wie morgens, und wenn du dann richtig entspannt bist, dann führst du eine 10 bis 15 Minuten lange Visualisierung durch. Und dabei ist es wirklich wichtig, dass du in deinem Ziel bereits lebst, dass du bereits schon durch das Haus gehst, was du besitzt, dass du mit deinem Auto fährst, dass du dich auf die Couch setzt und vielleicht Fernsehen guckst oder ein Glas von deinem Lieblingsgetränk trinkst, dass du Zeit mit deiner Frau verbringst, dass du dir wirklich eine plastische, echte Szene vorstellst, in der du bereits das Leben lebst, was du leben möchtest. Und das machst du jeden Abend. Du gehst immer wieder an diesen selben Ort zurück. Mal gehst du vielleicht in dein Homegym, mal fährst du vielleicht mit deinem Auto, mal machst du vielleicht einen Ausflug mit deiner Frau, aber es ist mehr oder weniger immer derselbe Vibe. Es ist einfach das zukünftige Leben, was du jetzt schon erlebst. Und du versuchst nicht mit dieser Visualisierung irgendwie etwas zu erzwingen oder etwas zu manifestieren. Du machst es ganz einfach aus der reinen Freude der Erfahrung selbst. Also du versuchst nicht dabei, wieder etwas zu erzwingen, sondern du machst es nur, um einfach die Erfahrung zu haben, um dich da reinzufühlen, einfach weil es dir gefällt, diese Situation, die du visualisierst, zu erleben. Es ist schließlich das Leben, was du erleben möchtest. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass du nicht versuchst, etwas zu erzwingen. Du bist einfach entspannt und lässt einfach diesen Film in deinem Kopf durchlaufen. Und mit der Zeit wird sich das Ganze ungefähr so anfühlen, als wäre das echter als das, was du jetzt erlebst. Und irgendwann wirst du dich nicht mehr fragen, was echt ist. Du hast es ja schließlich erfahren. Du musst es allerdings, wie gesagt, konsequent durchführen. Und dann, nachdem du visualisiert hast, kannst du noch vorm Schlafen gehen, beim Einschlafen, nochmal deine Affirmationen aufsagen. Dabei ist es wieder wichtig, dass du in das Gefühl reingehst. Du kannst dir vielleicht einzelne Szenen, die du während deiner Visualisierung erlebt hast, vorstellen und dich währenddessen nochmal da reinfühlen. Und das Ganze machst du einfach, während du einschläfst. Und das ist im Endeffekt die Manifestationsroutine, die total simpel ist und eigentlich nicht viel Zeit kostet, aber doch sehr, sehr effizient ist. Es macht wirklich keinen Sinn, 100 verschiedene Sachen auszuprobieren, sich mit unterschiedlichen Meditations-, Affirmations- und so weiter Methoden voll zu ballern, sondern wirklich stick to the basics, mach die Basics und das konsequent. Wenn du das wirklich konsequent durchziehst, dann wirst du extreme Resultate erzielen, deutlich, deutlich bessere Resultate, als wenn du versuchst, diese eine Methode zu finden. Denn diese eine Methode gibt es nicht. Das, was wichtig ist, ist, dass du einfach eine Routine hast und konsequent diese Routine durchführst. Ob du jetzt Affirmation, Visualisierung oder was auch immer verwendest, ist egal. Im Endeffekt ist es nur wichtig, dass du schaffst, dich auf dein Ziel auszurichten und ausgerichtet zu bleiben. Und das ist alles, was du tun musst und den Rest wird dann dein Unterbewusstsein übernehmen. Deswegen mach dir jetzt eine Liste, schreib dir das Datum der nächsten 21 Tage dorthin oder sogar 30 und dann schreib dir hin Entspannung, Visualisierung und Affirmation. Und am Ende des Tages machst du ein Häkchen für all die Sachen, die du gemacht hast und die nächsten 21 bis 30 Tage ziehst du es konsequent durch. Und erst nach den 30 Tagen kannst du dir ein Urteil darüber fällen, ob es funktioniert oder nicht. Dein Verstand wird nämlich am Anfang nicht akzeptieren können, dass es funktioniert. Deswegen musst du es einfach machen. Egal, ob du das Gefühl hast, dass es funktioniert oder nicht. Und erst nach einer gewissen Zeit wirst du die Resultate erzielen. Falls du eine extrem mächtige Affirmation von mir kennenlernen möchtest, die jeder in sein Affirmationsset hinzufügen kann, dann check dieses Video ab. Das wird dir dabei sehr helfen. Du kannst alles sein, haben und tun, was du möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ciao.